Ja, jetzt! Oder? Ja, jetzt! Perfekt! Easy Double! OH SHIT! Da sind nicht down, man! Hey Leute! Hier sind wir auf einer Unterbindig von DeepBuddiesZocken und heute gibt es eine neue Folge Challenge Accepted und zwar, wir sind am Busse! Und ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert. Ihr seht es vielleicht schon, da sind zwei Armbusse. Benni versteckt sich gerade dahinter. Kannst du mal rauskommen? Hallo! Hallo! Und wie das funktioniert? Du kannst ja auch mal in Game Mode 0 gehen, dann seht ihr das. Man bekommt ein Herzschaden circa. Und ja, wird dann so aussehen, dann ist er dahinter und fertig ist, wird sich da verstecken. Und wir werden ein paar Leute klatschen, wenn die uns nicht sehen. Und ja, ich würde sagen, viel Glück an uns. Let's go! So Leute, los geht's! Erste Runde direkt auf Branur. Ich habe ein bisschen Rüstung sogar. Ich nehme das einfach alles mit. So, ich würde sagen, du wirst jetzt Amboss und alles... Ah, hast du schon perfekt eine Spielzeit gemacht? Als Holz? Ja. Und deine Rüstung ausziehen am besten. So. Oh, da kommt schon einer ein bisschen am Arsch. Ich ziehe Rüstung an. Der hat so gutes Zeug. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Ich verstecke mich einfach. Oh Gott. Ich bin versteckt. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Was machst du? Ich ziehe durch, Mann. Okay. Hey, bitte. Die laufen da außen lang. Er sieht mich nicht, oder? Oh Gott, sind die Beine neben mir? Oh, er will abbauen. Er will abbauen. Oh mein Gott. Oh Gott. Ich bin so tot. Er hat mich so gesehen, oder? Er hat mich so gesehen. Die stehen beide neben mir. Warte, ich versuch dir zu helfen. Die können nichts tun. Oh Gott. Hilfe, Mann. Die wollen das abbauen. Ja, ja, ich komm schon. Chill. Oh Gott, die bauen sich eine Spitzhacke. Ja, ich komm. Ich komm. Oh Gott. Oh Gott, ich bin so am Arsch. Ich bin fast neben denen. Oh, lol. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh, die haben die. Leute, zweite Runde. Hoffentlich kommt diesmal nicht sofort einer rüber. Okay. Ich bin gleich versteckt. Ja? Ich bin versteckt. So. Ich guck mal, ob die da kommen. Und du guckst die andere Seite am besten einfach ab. Ja, mach ich. So, jetzt müssen wir einfach warten, Mann. Man hat einfach den perfekten Ausblick. Ich kann da perfekt rausgucken. Warte. Mach dich ready. Ja, jetzt. Tu es. Tu es. Lauf. Siehst du ihn? Oh Gott. Oh Gott. Okay, den hab ich einmal gebraucht. Und der andere ist auch da. Der muss auch da sein. Der müsste auch so da sein. Ich will sein Equip. Genau. Oh mein Gott. Perfekt. Ich hab's. Oh Gott. Das war richtig viel, was der getroppt hat jetzt. Ja. Der hat das Maurer-Kit am Start. Läuft bei ihm. Ich würd sagen, du stellst dich wieder rein. Wirklich hier auf der Insel? Ich will jetzt erst gucken, wo geht er sind. Da kommt einer, ja. Da kommt einer schnell. Geh rein durch den Diabrostpanzern. Ja, weiß ich. Ich wollte ihn nur safety mäßig anziehen. Warte. Vielleicht kannst du noch ein Stück vom Weg abbauen? Egal, egal, egal. Okay. So, die sind gleich hier. Was? Die sind gleich auf dieser Insel schon, oder was? Ne, auf der nächsten. Die springen jetzt gleich runter. Ah ja, ich seh sie da hinten. Masane und oh. Lalaga. Lalaga. Komm drüber. Oh ja, die kommen. Ja. Oh oh. Ja, ja. Beide gehen da sind. Bitte baut jetzt gleichzeitig einfach den Scheiß weg. Oh Gott. Warte, chill. Oh Gott. Ruhig. Oh Gott. Ja. Jetzt, oder? Ja, jetzt. Perfekt. Easy Double. Oh shit. Der wird nicht down, Mann. Hat sich da einer gerettet? Nee, oder? Achtung, geh wieder rein, da kommen die nächsten. Was? Ernsthaft? Nel, die sind schon fast hier. Du musst ganz schnell da jetzt reingehen. Ich bin drinnen. Oh Gott. Oh mein Gott. Hat der mich jetzt gesehen? Ich hoffe nicht, Mann. Oh mein Gott. Oh. Shit, Mann. Das sind die letzten beiden, wenn du die Runde gewinnst, Mann. Oh mein Gott. Ich hab einen Puls von 10.000. Oh Gott. Du hast was in der Hand, Digga? Das hat er selbst gesehen. Das hat er nicht gesehen, oder? Das hat, der Stick hat so geleuchtet, also wenn er das nicht gesehen hat. Das hat er nicht gesehen. Oh mein Gott. Warte. Ich geh. Du riskierst das? Ja. Nein, beide da oben. Du bist tot. Ich bin so tot, Mann. Äh, wie sind beide bei diesem scheiß Granting stecken bleiben, Mann. Oh Mann. Fuck, Digga. Ja, aber das war schon mal mega geil. Ja, Mann. Ich hoffe, die Gegner kommen. No, es sieht nicht so aus. Doch, über uns. Die sind da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Bonnen gehen weiter, oder? Ist er ein oder mehr? Ja, warte, es kommt noch einer. Die Bonnen weiter. Wir gehen beide raus. Wir gehen beide raus. Okay, let's go. Oh mein Gott. Der ist so schnell. Wir sehen uns nicht. Der ist so schnell. Du musst nicht nach links. Nein! Den einen hab ich nicht bekommen. Bist du des Wahnsinns? Komm, kill ihn. Ich hab ihn. Nice. Okay. Beide tot. Ja, beide. Okay. Das ist der vom 2er Team. Die kommen in unsere Richtung. Von deiner Seite, oder was? Nee, von der Mitte. Ach so, ich seh die. Ja. Oh lol. Team 6. Oder? Der hat mich so selbst gesehen, Mann. Oh mein Gott. Die haben den T-Boost angefangen, oder? Oh lol. Die kommen. Der ist da. Der hat ordentlich Schaden bekommen. Ja. Aber die wissen, wo wir sind. Ich hab rausgeguckt. Du bist so tot, ja. Der geht aufs Haus oben drauf. Mhm. Der weiß, wo ich bin. Hä? Der geht ins Haus rein. Hä? Der ist neben mir. Oh mein Gott, der ist neben mir. Hä? Ja, der weiß, wo ich bin. Die wissen beide, wo ich bin. Hilf mir! Hilf mir! Oh Gott! Ich stack hier. Ich stack hier. Ich kann absolut nichts tun. Oh mein Gott. Ich hab einen getötet. Schade, Mann. Der eine hatte doch drei Herzen. So close. Ja, Mann. Ah, schade. Wieder Zweiter geworden. Na? Hä? Die laufen rüber, oder? Nee. Warte, ich könnte die von hinten runter boxen. Ich boxe die von hinten runter. Auf geht's. Oh shit. Viel Glück. Nice, du hast einen. Oh Gott! Und der Zweite! Oh, ich bin tot! Ich bin so tot! Ey, mein Movement in letzter Zeit. Ich sag's dir. Oh Gott. Diese, ich hol mir die noch. Warte. Warte, warte, warte. Und? Ja, der legt. Oh. Sauber. Oh Gott. Penny geht jetzt da rein. Da hinten kommt einer. Ja. Komm, geh weiter. Bitte. Er weiß es. Er weiß es. Er ist gespoilert worden von Mate. Er kann da nicht durchboxen. Er kann nicht boxen. Bleib einfach. Der soll vor mich hingehen. Achtung, jetzt kann er boxen. Oh Gott. Lauf, 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 lauf. Zieh Rüstung sonst an. Achtung. Ja, was soll ich tun? Ich fang hier auf den Weg an. Oh Gott. Die kommen schon. Ich stack mich nach oben. Ich kann nichts tun sonst. Bau dich weiter zur nächsten Ensel. Vielleicht gehen die dann unten. Ja, ja. Probier. Das probiere ich gerade. Okay. Oh. Er geht. Er geht. Er geht. Der andere zieht durch. Ich habe den. Den einen habe ich. Achtung. Achtung. Da ist noch einer. Er ist so im Sandwich, man. Komm, geh weg. Warte. Ich baue mich wieder rein. Ja, bau dich rein. Perfekt. Oh no. Oh no. Oh no. Scheiße war das knapp. Da kommt das andere Team nämlich auch schon. Ja. Oh mein Gott. Oh, die sind auch schon so hier. Die Feiten jetzt. Der ist runtergesprungen. Ich muss den anderen töten. Der andere ist runtergeflogen. Oh, der ist auch hier. Die Feiten jetzt wieder hier. Der ist down. Oh, der eine ist down. Der Feiten? Nein, der Peller hat sich auf die Insel gerettet. Die Feiten jetzt. Oh Gott. Er kommt zu dir runter. Oh, die sind so bei mir, Mann. Ich gehe jetzt einfach auf die andere Insel. Ich hoffe, der andere verfolgt mich. Ich gehe abstauben, my don't give a fuck. Okay, gut. Dann kill ich mich. Ich habe ihn. Oh Gott. Die sind weg. Perfekt. Oh, endlich. Und jetzt gehe ich rüber auf die andere Insel, glaube ich. Der kommt sonst nicht. Oh Gott. Da ist er mit Wasser. Achtung. Ja, ich sehe es. Warte, chill noch. Er kommt, er kommt, er kommt. Wie schnell er ist! Ich habe ihn nicht gehittet. Oh shit. Oh Gott. Hat ich versucht zurückzukommen? Warte, ich muss mich wieder einbauen. Oh no 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 no. Hat er mich gesehen? Hat er mich gesehen? Nee, oder? Nee, nee, hatte ich nicht gesehen. Er hat mich gesehen. Kommst du hin? Ich versuche zurückzukommen. Er hat 10 T platziert. Okay, ich bin wieder auf deine Insel. Ja, nice. Komm, lauf zurück, lauf zurück. Ey, der muss mich doch vorhin gesehen haben. Ich weiß es nicht, Mann. Oh Gott. Achtung. Er rennt wieder vorbei. Okay. Mach es. Lauf, 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 lauf. Okay, ich lauf, lauf. Ja, er weiß es. Er weiß es, Mann. Oh fuck. Oh mein Gott. Warte, ich komme wieder rüber zu dir. Ich habe eine Enderperle. Okay, komm du zu mir. Ich habe ein Schwert. Ich habe ein Schwert. Ich kann nicht klatschen. Oh Gott. Ich will die Runde gewinnen. Das ist unsere Runde, Mann. Der wusste es, dass ich jetzt komme. Ich glaube auch, ja. Der hat mich vorhin safe gesehen, Mann. Oh Gott. Wie sieht es aus, Brüser? Unten. Wollen wir einfach runter gehen? Ja, wir können nicht. Warte. Lass gechillt hier runter gehen. Easy klatschen. Ja, was ist los? Oh Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. Der muss, der muss easy down gehen. Ja. Ja, der hat Healpots. Alles klar, der hat mich auch gehealt. Der hielt mich auch mit. Nice. GG. Okay. Am Schluss hat es jetzt nicht mehr funktioniert, aber war ganz nice. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, eine Runde. Let's go. So, Leute. Jetzt haben wir am Schluss noch als Challenge die kleinste Map genommen, die es eigentlich so überhaupt gibt. Mal gucken, ob das Ganze hier so funktionieren wird. Ja, das wird krass. Hast du Clean Stone? Ne, habe ich nicht. Shit. Was? Das ist so beschadet. Sind Gegner schon da? Ne. Okay, gut. Wir bleiben jetzt wieder. Ne, Mann auf der Map, willst du mich verarschen? Oh Gott. Oh mein Gott. Er ist da. Oh Gott. Er hat mich nicht gesehen. Oh Gott. Mich auch nicht. Er ist über mir. Oh Gott. Ich boxe ihn runter. Von dir. Er ist down. Oh Gott. Es funktioniert sogar auf der kleinsten Map. Oh Gott. Oh Gott. Easy kill. Okay, es leben noch. Zwei sind in der Mitte. Jawohl, wir sind down. Das sind die letzten zwei, Mann. Ein Team. Das ist überleben. Ja, jetzt. Oh, der Wonst deckt sich schon wieder. Oh Gott. Die kommen auf jeden Fall zu mir. Oh Gott. Das ist gut. Dann musst du weiter laufen, Alter. Warte, ich port mich dann einfach mit Enderperle. Oh Gott, pass auf. Du bist down. Ich bin so tot. Oh Gott. Oh fuck. Die haben so viel Schnee. Ja. Der kommt jetzt halt zu mir und ich bin down, oder? Achtung. Alexa. Oh mein Gott. Oh nein. Wie sich er gesaved hat, Mann. No way. Er hat sich richtig gut gesaved. Oh Gott. Was soll ich denn machen, Mann? Achtung, die haben Schnee wieder. Ja, ja. Weiß ich. Ich kann nichts tun. Ich bin extra früh rausgelaufen. Die wissen halt, dass ich hier bin. Ja, die haben Schnee. Ich kann mich nicht mehr hochstacken. Ich kann nichts tun. Ja, da kannst du absolut nichts machen. Und in der Perle. Ich zieh durch ins Wasser. Komm schon. Ja, die werden sie jetzt abbauen. Er schießt mit Schnee runter. Mit einer Eier hat, kommt er runter. Und Wasser weg. RIP. Kommst du runter. Mal gucken, aber kommt. Hat er Eier? Ja, er hat Eier. Nice. Ich habe einen Knockback-Stick. Der Eier ist down. Er kommt nicht. Er kommt nicht. Er geht schon weg. Er ist weggegangen. Keine Eier, Mann. Oh Gott. Läs doch mal neue Wasser runter. Oh, er lässt ernsthaft wieder Wasser an. Was ist da los? Er ist echt so. Oh, okay. Ich bin gespannt, was er will. Er will einen Fight, Mann. Er hat halt Fulti hier. Was soll ich machen? Lauf weg. Ich lauf echt weg. Und tschüss. Du musst schneller laufen. Oh, er ist schon wieder da. Wenn er es jetzt abbaut. Ich sag's dir, Mann. Er hat es abgebaut. Kann Blöcke platzieren? Ja, ja, Mann. Jetzt wird er sich auch denken, Mann. Wie die Try-Hard ist. Ey, komm. Kommt er? Kommt er? Ich will die das noch verlieren. Gut. Du kannst ihn jetzt gleich so runterboxen. Er hat halt Schneebälle. No. No, 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 no. Er ist, ich spinne jetzt. Ich bin so down. Er kann mich noch boxen. Frank, ich hätte extra noch nicht spinnen. Aber auf jeden Fall ehren, Mann. Also, dass er das Ganze noch gemacht hat, leider. Ich würde sagen, das war's mit Wir sind am Posten. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr einen Like da lassen. Und ja, Benne, hast du noch was? Ne, haut rein. Wir sehen uns einfach morgen beim nächsten Video. Bis dahin. Tschau.